youtube herz und willkommen zurück zu einer weiteren folge seven days to die community server der künstler war bei mir der künstler war bei mir hier steht es mit freundlichen grüßen der künstler jetzt ist die frage wer ist der künstler als ich rein bin habe ich jemanden noch schrauben gehört da weißt du aber ja die zwei sind eben gelandet ich glaube nicht dass die das waren kurz gucken ob da drin auch gekünstelt wurde ja ein baum wurde gepflanzt da drin und da ist noch ein baum das ist ein geräusch den musik kurz weg machen doch dann haben wir hier auch noch was ja ja als kacke ich sehe das nämlich nicht sind zu viele bäume ich muss kurz den baum der draußen weg machen was du so rein kräftiger typ was machst du hier hau ab mein zuhause ich kriege das mit darks auch gut weg ja es geht hast du schon ist oben irgendwas oben wurde auch ein baum gepflanzt was soll denn das ich habe mich eingepflanzt er hat mich eingepflanzt soll denn das ich war da nicht mal diese war da nicht wie sie ich weiß nicht ja gut den baum die bäume darum muss ich jetzt mal weg machen dann holen wir sich das panzer klar weil wir unten fertig werden das ist ja nicht so dann haben wir hier noch einen oder nee ich weiß nicht mal grüßen dass also das sind die hier ja den muss ich auch weg machen muss alle bäume weg machen aber passt schon so habe ich wenigstens holz und den auch noch weg machen okay den vielleicht auch noch weg machen gut ja gut dann fahren wir jetzt mal in die andere base und holen uns holen uns das panzer glas und müssen auch wieder welches herstellen upsie ist so finster je wangst upsie ich muss mich beeilen die zombies kommen sonst ich muss mich beeilen die zombies kommen sonst ich bin nicht so du warst schön fleißig am einschmelzen weil ich habe überhaupt keinen platz mehr machen wir das gut so heute mal wieder ein bisschen platz obwohl wir könnten das rein theoretisch generell alles rein also mal nehmen uns dann nur das notwendigste mit ok das notwendigste habe ich glaube ich eh die anhänger wo ist mein holz hier oben gut ja passt kann man lassen kann man lassen freue mich nicht großartig kümmern ums inventar gerade eben so kurzes essen warum 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 bla scheiße ich brauche bleibe steht hier das ruckelt aber auch ja das ruckelt extrem was da war dass du da warst und wieder gehen in was ein typ Ja gut, ich muss Bleibesorgen irgendwie. Ist da Bleib drin? Ist kein Bleib drin. Warum? Aber was zum Essen ist jetzt drin. Moment mal, hab ich was im Heli drin? Könnt's sein, hm? So wie ich mit meinem Inventar umgehe, kann gut möglich sein, dass du was drin hast. Mal gucken. Ah, warte mal. Wir könnten mal kurz gucken. Rezepte. So, das hier. 8 hab ich gut. Ah, ich brauch für jede Knarre ein separates Reparaturding. Und wie krieg ich dieses Gunöl hin? Klebeband und normales Öl. Heftig. Okay. Boden. Hör auf. Ähm, Agent 47. Oh, ho, 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 ho. Also ein heftiger Typ bin ich. Mach zu. Komm vor hier. Grüße. Fuck, Alter, ich bin so gut. Oh, die hat was getroppt. Oh. Okay, ich hätte gesagt, wir gehen auf der Suche, wir sind auf der Suche nach Pla. Das ist, das ist mal das Wichtigste hier. Entweder habe ich hier noch Pla, oder wir müssen suchen gehen. Eine Batterie könnte ich zerlegen. Ja, was ich da für Gnaren habe. Und viele. Wieso renne ich eigentlich nicht mit der herum? Wieso piste ich da blöd herum wie ein Trottel? Verstehe nicht. Verstehe ich jetzt aber echt nicht. Nur mal eine erklären hier. Eine AK habe ich auch hier. Munition für die AK. Wieso mache ich sowas? Warum renne ich mit komischen Kacknern herum? So ein Schraubi habe ich da. Habe ich auch ein Schraubi Anhänger? Ich sehe gerade keinen. Ich sehe hier generell viel Müll, was ich einstecken habe. Obwohl, warte, das könnte ich in die Axt rein tun und so. Lassen wir mal gucken, ich brauche ich... Oh, oh. Da, Magazin größer machen. Bitte, danke. Ähm. Keine Ahnung, Autobatterie könnte ich zerlegen. Es gibt 120 Pla. Na, super. Mal hier. Ich habe hier Kleidung ohne Ende. Das kann ich alles verkaufen. Ich habe auch Garnöl. Heftig. Ähm. Was habe ich? Ich brauche mal. Da, hier. Milo, Milo. Ich darf es mal. Na gut, passt schon. Wir platzieren jetzt einmal. Ich nehme jetzt doch ein Heli. Mein Heli. Wir platzieren jetzt einmal die 16 bis mich totblöcke. Okay. Und... Ja, wir sorgen einfach Blei. So machen wir das jetzt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gehen wir irgendwo bohren. Vielleicht finden wir hier eine Ader. Oh, der ist heftig. Bums. Absicht. Ja, vielleicht finden wir eine Ader. Oder wir... Wir gehen so auf die Suche nach Pla. Hopsi. Das Fliegen kriege ich aber noch nicht so hin. Ups. So, einfach E gedrückt. Die kommt schon runter, hoffentlich. Ja, easy pass. Aber was ich für einen Dreckanhänger habe. Ich mache mir nie Platz im Inventar. Ich weiß nicht. Wo ist denn das jetzt hier? Nein. Gut, damit auch ein bisschen sonnendicht reinkommt, ne? Das ist ganz wichtig. Was ich auch noch brauche, sind Türen. Aber ist jetzt nicht so wichtig, oder? Türen, das ist... Muss jetzt nicht unbedingt sein. Reicht so. Wir müssen Blei holen gehen. Heißt, jetzt gehen wir ein bisschen luten. Da hinten ist doch eine fette Hütte. Da könnte man gucken gehen. Vielleicht finden wir Blei. Eine Blei-Ader, das wäre richtig geil. Ja, cool. Das ist Absicht. So, jetzt ein paar Sachen rein, die ich gerade nicht brauche. Das kann ich gar nicht wegtun. Äh, das war jetzt gerade alles nicht mit. Das war ja auch nicht mit. Das brauche ich jetzt auch an. Warum habe ich das eigentlich aus der Kiste raus dann? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte... Ich wollte was bauen. Ja. Habe ich nicht getan. Das muss ich noch einfach in die Knarre. Das machen wir nicht mit. Das ist Munition. Das nehme ich doch mit. Das nehme ich auch mit. Das ist Munition, natürlich. Ja, passt schon. Hey, komm. Wo geht's hier rein? Doch. Oh, fuck. Oh, kacke. Oh, kacke. Weg vom Auto. So. Hey, was ist los? Die Krankenwagen, die Krankenwagen. Wieder zurück. War man daneben geschossen? Absichtlich. Warum glänzen der Typ so? Ich glaube, der wäre er ist. Ach, Munition auf Weiberand. So, was mit dir? Gibt's hier keinen Arzt? Brauchen wir einen Arzt? Der Typ hat heftiges Konarschuh. Unbesiegbar, der Boy. So. Autobatterie. Oh. Warum könnte ich da Batterie reinkloppen? Fuck, da ist ein Bär. Der hat Hunger. Oh, Bär. Oh, oh. Scheiße, Bär kommt. Lass sie. Zick, zack. Und das wäre ein Biest. Oh, Hunde. Alles mögliche hier. Ein Small Bär. Oh, fuck. Scheiße, der Lloyd hat was. Kein Bock auf das. Ey, 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 ey. Fertig. Leute, was sind denn das für Geburten? Boah, ich habe gleich mal eine komplette. Oh, das ist eine Schlange. Ja. Was macht ihr alle hier? Oh, hau ab, du komisches, ekeliges Vieh. Oh, jetzt gibt es ja auch noch Gas. Aha. Wenn du die Tür zu kriegst, du kannst du Wurzeln gehen. Du weißt nicht, wo ich bin. So, alle tot. Geil. Nein, da kommt wieder was hoch. Da kommt die hoch. Okay. 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 So, jetzt haben wir, glaube ich, aber alle erledigt, oder? Oh, jetzt hängt es. Super. Muss eigentlich schauen, was kriege ich mit dem Blut hin? Rezepte. Ja, na, du bist dann. Okay. Oh, fuck, der Bär. Mal schauen, der hat doch bestimmt ein bisschen Blut anhängen. Aber einfach ein Skylo. So, da. Mal schauen, wir gucken. So, warte, was auf. Ich habe ja extra das mitgenommen. Wir werden alles zerlegen. Okay, das vielleicht nicht. Okay, hier gibt es kein Blut. Eigentlich möchte ich ja nur Blut. Der Rest ist mir furzegal. Ich hoffe, die gehen nicht hoch, wenn ich da zu nah ran gehe. Das war ein Sandwich. Das war ein Sandwich. Oh, da haben wir ein Schali. Aber Farbe. Also, das ist nur Blödsinn, was ich mal gerade mitnehme. Aber egal, wir müssen gucken. Ich brauche Platz. Bist du eigentlich auch was Gutes? Oh, gibt es? Oh, gibt es hin? Fleisch? Geil! Nehmen wir mal den ganzen Schiet. Was kriege ich denn eigentlich mit diesem Sandwich hier hin? Aha, okay. Oh, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das mitzunehmen. Ich muss halt nur kochen lernen, dann alles cool. Aber ja, ich kriegste genug Essen, Honig, Paper, alles was das Herz WG hat. Ein lecker Fleisch aufs Grill. Bisschen Kaffee. Munition, super. Aber ich kann gleich richtig gut essen. Da, Jan. 13 Stück von denen. Benutzt das einmal. Was haben wir sonst noch hier? 10 Blei habe ich hier, okay. Eine Kartoffel. Ist die gut eigentlich? Nicht wirklich, oder? Ah, komm. Die ist einfach. Aus der Rhein. Will nicht verkehrt sein. Ach, richtig. Ah, 10 Gläser. Okay, passt schon. Einmal Wasser. Wasser ist gut. Ich habe... Oh, ja, da. Schau, siehst du. Ich benutze nun etwas Honig. Ich glaube, verhungern werde ich in dem Spiel nie. Also die Mod, die bietet so viel Nahrung. Ich muss da echt keine Gedanken machen. Kochen brauche ich gar nicht eigentlich. So. Verkriecht und fleucht noch irgendwas. Verpiss dich! Verpiss dich! Au! Drecks! In dein Blut. Oh. Kommt uns die Träume rein. Hadi. So. Hm. Ah, das wollte ich jetzt gerade eigentlich... Ja, komm. Verkauf ich. Ich nehme wieder so viel Bullshit mit. Heftig. Ich schaue gar nicht. Oh. Ja, schau an. Alles offen. Alles, alles... Kann ich alles nehmen. Das ist so geil. Das ist ein Museum, ne? Heftiger Schitz. Was? Lass uns hochgehen noch. Ah, ist da... Oh, wenn da was drin ist. Alles gewesen, ne? Moment, wenn ich das zerlege. War zwar kein Blah, aber ist schon cool. Wo kriege ich denn noch Bleirasen? Was, wenn ich was zerlege? Ich habe keinen Plan. Autos einfach zerlegen, ne? Lass uns noch eins hochgehen. Ah, ah. Oh. Okay. Eeeh. Warte, ich muss kurz nachladen. Warten Sie kurz. Oh, jetzt kommt... Oh, da war was Grünes. Da hat was Grünes geleuchtet. Ich habe es gesehen. Fuck. 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 Mal schauen, ob ich es hinkriege mit der Donnerbüchse. Warten Sie kurz, warten Sie... Oh, heftige... Neugier. Okay, Donnerbüchse ist wohl nix. Oh, up da. Oh, up da. Oh, up da. Oh, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, dass ich daneben dann gleich meine Base haben werde. Boah. Wenn da immer so viele Zombies drin sind, habe ich keinen Bock drauf. So. Gucken wir mal, ob es was noch gibt, für mich zu lernen. Ja, nicht. Aber ich glaube, ich weiß alles. Das habe ich nicht gewusst. Ja, gut. Passt schon. Da, ja. So, da ist... Oh, da ist ein paar Trink. Na, wusste ich doch alles schon. Bäh. Ist doch nix Neues. Sieht mich aus, dass ich wusste nicht, wie da alles geht. Das ist echt schwierig. Wie? Easy, easy. Oh, nein, ich zerlege es schon wieder. Oh, da war ich noch schnell. Keine Ahnung, warum ich immer auf zerlegen komme, wenn ich das mit der Tastatur mache. Ach, da war doch was. Oh. Nicht alles mitnehmen, weil ich bin so voll. Aber ich muss lernen. Lernen, wie die Welt funktioniert hier. So, was haben wir hier? Ich glaube, ich werde einfach Autos zerlegen. Ach, da ist was. Oh, jetzt bin ich aber durstig hier. Aber ich müsste eigentlich gut trinken haben und so. Ich habe richtig viel Bullshit anhängen. So, was haben wir hier? Für die Männer. Für die Frauen. Wie, wieso haben die eigentlich genommen, ja? So, na, haben wir gar nicht. Ich komme. Okay, doch nicht. Jetzt komme ich. Ich bin hier. Ciao. So, gut. Plan man nicht kriegt. Warten Sie kurz. Zack, zack, zack. Das ist ein bisschen. Voll ist rein. Das brauche ich jetzt auch nicht. Scheiß drauf. Rein, 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 rein. Ja, Kaffee. Das, das Wasser nehme ich mit. Hoppala. Das tun wir rein, rein. Die Kaffee. Geht nicht rein. Alles. Aber das Essen lasse ich vielleicht bei mir. Das du zumindest. So, rein, 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 rein. Gehen Sie rein. Will ich noch wo rein? Ah, ist egal. Ist auch egal. Geht's wurscht. So. Haben wir ein bisschen Platz. Der Heli, der ist voll. Schauen wir mal kurz auf Bleiwand. Schauen wir mal kurz auf Bleiwand das Auto zu legen. Ob ich da gut Blei rauskriege. Ich brauche echt eine Bleiarder anscheinend. Ja, das ist schade. Das ist schade. Ich will wohl nix heute mehr mit den Fenstern fertig machen. Was ist denn da hinten los? Ah, da ist ein Heli. Okay. Ups. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Eine Bleiader wäre echt nicht verkehrt jetzt dann. Weil dauernd Autobatterien zerlegen und so, wo kein Bock drauf. Aber hier werde ich vom Heli aus nicht sehen, die Bleiader schätze ich. Aber wir könnten hier oben landen und uns den guten Loot holen. Wenn ich das hinkriege. Ich finde landen in dem Game mit dem Heli ein bisschen schwierig. Wie jetzt scheiße war, bin ich todlämlich. Aber das war nicht, ich krieg das nicht hin. Ja, perfekt, wir haben es geschafft, super. Der ist leer, der war schon wert, na toll. Alles umsonst. Ja gut, aber ich könnte mal, ich könnte mal ein bisschen, ich muss jetzt nicht die ganzen Fenster fertig haben, ob sie scheiße. Wir könnten noch mal kurz schon mal Türen rein machen und so. Vielleicht ein bisschen mit Elektrizität spielen. Ich kriege aber noch keine Solarpanel. Ich glaube, kaufen kann ich es noch nicht. Da muss ich noch den Händler ein bisschen leveln. Habe ich noch nicht leveln vielleicht schon diesen, äh, besser, besser verhandeln. Das muss ich kurz gucken. Heftig. Jetzt fliegen wir mal heim kurz. Ich das Foto einschauen. Nicht einschauen, habe ich gesagt. Also. So. Na, warte mal, ich habe ja... Da ist jetzt Trainer. Ich will kurz gucken. Ich habe zwei Punkte. Was wird das hier? So. 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 Wo habe ich denn das? Da 130 ist echt nicht viel. Ich habe da sicher irgendwo in einer Kiste einen Haufen Bleier. Die Dinger könnte man zum Beispiel zerlegen und dann hätten wir wieder Bleier. Ich habe nicht gedacht, dass Bleier bei mir so eine Mangelware sein wird. Aber ich muss echt Ordnung schaffen. Aber das will ich echt erst wirklich in der neuen Base dann machen. So. Hm. Das kann es aber nicht sein, dass es dir hier nirgendwo in der Nähe Blei gibt, da ist Nitratpulver. Da war immer so ein kackeschiher Würfel. Kann nicht sein jetzt. Nope. Ich mein, ich find cool, dass solche Steine hier überall liegen, ja? Das ist schon geil, aber... Wie brauch ich Blei? Oder gibt's das nicht bei dieser Mod? So ein Blei Würfel. Glaub ich aber nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Kann schnauze, ich hau da so eine an. Arm. Oh, er ist schon tot. Okay. Bin nur auf der Suche nach Bla. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da nirgendwo irgendwie so ein Würfel ist. Wer dich verfolgt? Granate? Was machst du hier? Oh, eine Sau. Du Hund, du. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's Mann und Kindern? Alles gut? Alles Leimann? Der Herbert ist immer noch fleißig. Kann fladern? Ich hab keine Ahnung. YouTube, ich bin grad voll. Konzentriert. Ich suche bla. Da würde ich gerne mal hingehen. Oh, scheiße. Ich bin hingehen. Heftiger Trottel. Ach Gott. Ich sag's euch. Heute wird's nix. Heute wird's nix. Ja mit. Ich hab Autos zerlegen jetzt mein Ding. Da sind alle Autos leer. 100 Pro. Ja. Definitiv. Ja. Da hängt's ein bisschen. Halt's Maul. Bist du die Frau mit den komischen Daumen? Oh je. Böhn. 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 Na, er klingt böse. Böhn. Hielfst du mir eigentlich? Ja, ich hab dich. Lass dich mal anschauen, Schätzchen. Warte mal. Das war ich sie da so. Das ist komisch. Bist du? Ihre. Was? Brenn. Oh, tot. Verkehrt meine Dame, jetzt schien sie sich. Oh. Wo denn? Oh. Fuck. Du bist die von... Ding. Wie hieß das Spiel? Fear. Irgendwie so. Psycho, du blutest. Du brinst. Ich mag so kleine Mädchen mit langen schwarzen Haaren und blassen Haaren. Die blasse Haare sind so ein bisschen... Frage. Ich brauche... Warte mal, kriege ich da noch was? Ja. Wenigstens was zum Trinken haben wir es mal lassen. Aber nicht viel. Ja, vielleicht wird es doch nichts mit Panzerglas so schnell. Ich habe mir gedacht, heute kriege ich das Leib und hin. Aber wenn ich kein Blei finde... Aber wenn ich kein Blei finde... Aaaaah. Was ist denn los? Sag einmal. Wenn ich kein Blei finde, kann ich sowieso furzen gehen. Was kommt denn da jetzt auf mich zu? Ich komme von da unten, oder? Ich würde da so gerne reingehen. Oh, ich habe einen Strahlenanzug. Aber einen heftigen. Oh! Schatzi! Was ist denn hier? Ich kann auch einfach Blei kaufen gehen. Schatzi! Ich habe nur das Ding, für was ich habe. Schatzi! Oder? Lass mal gucken. Der Typ hat ein großes Rohr. Häufig. Ah, Geld macht niemand, hä? Wieso eigentlich nicht? Hast du ja nicht... Das ist zu teuer. Komm. Nimm alle einfach. Tag schon noch Bleiwand. Warte mal, wann das... Welche... Was waren das? Welche? Unten. Also, ich brauche die oben. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe es jetzt einfach. Ist sicher ureasy herzustellen, aber ich kaufe es trotzdem. 60 Blei, Alter. Wipps. Wipps. Ihr Geld ist willkommen hier. Ja. Toll. Vorhänge. Hm. Ich habe auch eine Überlegung. Den Bauplan habe ich noch gar nicht. Äh, wurscht finde ich sicher noch. Ah, du hast 30 Blei. Ich nehme das jetzt eigentlich. Ich kaufe das jetzt einfach. Ah. Was haben wir hier schönes... Was da? Okay. Passt. Eigentlich war ich nichts. Ja. Machs gut. Warte mal, wenn der Mülleimer... Oh ja, geil. Motorrad brauche ich noch. Kann ich alles verkaufen. Alles. Aufmachen. Ach. Scheiße, warte so. Ach. Ich glaube ich bin heute so müde. Zu müde hier. Wir machen aber eh schon lange. Ich werde noch auf der Suche gehen müssen nach Plei. Das kann es echt nicht sein, dass ich... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. War immer so easy Plei zu haben, hm? Mein gut. Ich kann Auto... Was ist, wenn ich das zerlegt? Das kann ich gar nicht zerlegen. Ich kann die Auto-Batterien und so zerlegen. Dann habe ich auch ein bisschen Plei. Aber da muss doch irgendwo eine Ader sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der gar nicht gibt. Vielleicht sollte ich einfach mal so blind irgendwo nach unten graben. Dann werde ich bestimmt schon eine Ader finden. Aha. Mal jetzt da und Kaufen gehen und hoffentlich, dass ich irgendwo loot und Auto-Batterien zerlegen und so. Das kann es nicht sein. Da muss eine Ader her. Weil das mit dem Panzerglas ist eh voll unnötig, was ich mache. Aber ich will es halt haben, okay? So, lass mal gucken. Kannst du schon ein bisschen was herstellen wieder? Zwei. Wow. Heftiger Typ. Komm, ich haue das jetzt einfach so rein. Okay. Ähm. Ja. Ich sage, die Jalousinen will ich jetzt gerne ausprobieren. Mal schauen, wie die ausschauen. Mal schauen, wie die ausschauen. Ich führe dich jetzt nicht. Sicher, ich gern lipstick in die Leitung ist gut. Nein, ich guckee damals laut. aber da brauche ich ja kein panzer glas machen zwei seiten zwei seiten ist blöd aber kann man schon mal machen weißt du nur so vielleicht vorne ich weiß nicht scheiße das war voll blödsinnig also muss auch nicht sein aber keine ahnung da können wir mal machen das waren die die anderen wo ist wo liegt jetzt groß der unterschied na das geht es wieder hier nicht aber ist es nicht wirklich egal so youtube ich habe keine ahnung heute ist nicht so mein tag tut mir leid ich werde sicher noch bleiben finden und nicht mehr in diesem video aber ich werde schauen dass ich wieder öfters online gehe also öfters zock und die base zumindest mal fertig macht es ist ja schon ewig lang zeit und dass man vielleicht auch irgendwann einmal eine rohrnacht haben das wäre auch schon langsam zeit vielleicht wäre es nicht aber ist gut ich will aber nicht die base fertig haben die base will ich nämlich so bauen eben dass ich eine hohe nacht dann darin verbringen kann und ja dabei geht es halt nicht aber ich möchte mich halt nicht großartig fürchten müssen ist es also noch so gitter dran damit ich oben herum gehen kann und von oben runterschießen kann oder so ich weiß nicht elektrischen zahlen blade traps spikes flamm werfer geschütztürme alarmanlage brauche ich halt noch wenn die ganze da herum und habe nicht mal eine einzige tür machen wir die überall aus holz wichtig ist nur dass die ja genauso so soll nicht einfach einer reingehen und räume pflanzen fahrer mal sollen das ne du bist du mal leid bin ich ganz fit aber wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich hoffe ich konnte ich trotzdem einigermaßen unterhalten und bis zum nächsten mal macht das gut haut rein und lieber bravo sein für sie